Als Reaktion auf die Proteste der sogenannten Gelbwesten hat der Frankreichs Präsident Macron einen Bürgerrat berufen. Dessen Vorschläge zum Klimaschutz sind Basis für ein Gesetzespaket, das jetzt nach langen Debatten verabschiedet wurde. Gestern Abend stimmte auch die Nationalversammlung zu. Unter anderem werden bestimmte Inlandsflüge verboten, wenn es Zugverbindungen unter zweieinhalb Stunden gibt. Mutwillige Schädigungen der Umwelt gelten künftig als Ökozid und können mit langen Haftstrafen geahndet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017